Hallo zusammen, ich bin Sandra und bin Fitnessinstruktorin bei One Training Center. Zurzeit bin ich an meiner Ausbildung dran als Spezialistin für Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Vor gut zwei Jahren habe ich mich für den Weg entschieden, weil ich mein Hobby zum Beruf machen wollte. Bist du schon Fitnessinstruktor oder möchtest auch dein Hobby zum Beruf machen? Dann komm zu uns und schaff täglich mit Menschen und helfe ihnen, ihnen sein Ziel zu erreichen. Wir Mitarbeiter gehen auch für unsere Mitglieder zu und schaffen dadurch ein dynamisches und abwechslungsreiches Umfeld. Neben Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet One ein aufgestelltes Team, das du dich einbringen und weiterentwickeln kannst. Bist du überzeugt, dass auch du in unser Team passest? Dann bewirb dich doch jetzt bei One und wer weiss, vielleicht sind wir schon bald Arbeitskollegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.